Hallo und Herzlich Willkommen, ich bin euer MrWenom1974, der gerade noch ein Steam-Download läuft, dachte ich mir, machst du mal eben kurz das Review. Sei mal gespannt, ob ich das in einem Game habe, ich hoffe, das kann ich euch morgen zeigen, habe ich mal ein Keyword gekriegt, bin mal gespannt, wie das Game ist, aber das ist jetzt nicht das Thema des Reviews. Ich war in Batman vs. Superman heute und ja, es gibt ein paar Sachen, die Spoiler haben, deswegen wird es zum Schluss irgendwie eine Minute Spoilers geben, aber ihr seht das eingeblendet, unten schreibe ich auch nochmal ab, wann Spoiler sind, auch nochmal für doofe Leute in die Hauptbeschreibung und auch in den Titel, gut, ich mache nicht 200.000 Beschreibungstexte, weil, sagen wir mal ganz ehrlich, dafür habe ich vielleicht in meinem Leben bessere Sachen zu tun, aber ein anderes Thema. Allgemein gefasst, die Blödzeitung hatte so formuliert, der ist besser als Man of Steel, aber, ich kann das unterschreiben, so würde ich es auch bewerten, der ist besser als Man of Steel, das Aber ist ein bisschen kleiner, also ich würde den so auf den Schulnoten 3 plus sehen, ich würde den noch nicht bei 2 minus sehen, aber so 3 plus, das ist, glaube ich, realistisch. Also, irgendwelche Leute haben gesagt, der ist 3, der ist eher 4, ich würde eher sagen, eine hohe 3. Hat Unterhaltungswert, kann man sich im Kino angucken, macht man auch nicht wie falsch und die zweieinhalb Stunden gehen bis der Anfang, der ist ein bisschen zäh, das ist so ein bisschen, ich habe ja auch gesehen, Christopher Nolan ist, glaube ich, auch hier wieder ausfuhrender Produzent, ja, merkt man, glaube ich, am Anfang. Der Film beginnt mit der Vorgeschichte von Bruce Wayne, der übrigens witzigerweise Batman wird, Eltern tot, Psychose, Fledermäuse, boom, da ist er. Aber, ja, gut, so wie immer, auch nicht irgendwie wahnsinnig neu gemacht, hätte man sich auch wahrscheinlich schneller machen können. Was, der erste Einwurf schon mal, wer schlecht ist in dem Film, gibt mir diese ganzen Traumsequenzen und sonstigen Blenden, die gehen mir voll auf den Sack, die hätte man sich so schenken können. Ich weiß nicht, ob das Zack Snyders Lieblingsthema ist, aber die sind alle für den Arsch. Die kannst du alle direkt rausschneiden, das mit den Filmen mit Sicherheit ist immer noch ein bisschen besser gemacht, weil das sind 10, die braucht man nicht, wirklich nicht. Ja, wie gesagt, dann kommt die Vorschau, dann sehen wir das erste Mal Ben Affleck, als Ben Affleck. Und er macht schon als Bruce Wayne eine gute Figur und ich nehme es auch vorweg, er macht auch als Batman eine gute Figur. Also Ben Affleck ist definitiv, jetzt muss man sagen, die richtige Wahl. Ist so, wenn man für Leute ein bisschen beschreiben will, eine Mischung eben aus Michael Keaton und Christian Bale. Er hat eben auch die Stimmenverzerrung, den ich ganz toll finde, den ich immer super fand. Lach. Ist aber eine gute Mischform, also kann man mit leben. Also ist okay. Ja, sieht dann halt, wie Metropolis und dann eben auch sein Bürogebäude dem Erdboden gleichgemacht wird. Und sich dann auch wieder Leute geopfert werden, wie jemand seine Beine verliert und hat sie nicht gesehen und will sie gar nicht haben. Und dann natürlich dann Rage. So, und dann kommt die Vorschau 18 Monate später, glaube ich, wenn ich das noch richtig weiß. Und dann sieht man das erste Mal Louis Lane, gut, immer noch gegeben von der Amy Adams. Die, das stimmt übrigens nicht ganz, das haben sie übrigens formuliert, dass die das, glaube ich, dass die ziemlich unterfordert war. Die ist in Menge Rollen unterfordert, weil die ja bekanntermaßen nicht ganz so schlecht ist. Es geht. Also ich hätte, bei Man of Steel war sie unwichtiger. Hier geht sie sogar. Jetzt sogar manchmal vielleicht den einen oder anderen wichtigen Part. Abgesehen davon, dass man ihr so die treu sorgende Fast-Ehefrau, glaube ich, ganz gut abkauft. Also das kriegt man auch mit, das schon mit Clark Kent zusammen. Und gut, das wird euch jetzt nicht überraschen. Aber das ist okay. Nichts gegen Amy, aber Badass Louis Lane kauft man ihr sowieso nicht ab, deswegen ist das schon okay. Also das ist kein Thema. Gibt es da irgendwie eine Vorschau und dann will sie ein Interview machen. Das geht natürlich vollkommen quer und natürlich Superman rettet sie. Und jetzt kommt der große Plot. Das, was ihr schon aus dem Trailer wisst. Das ist ein, das ist eine Falle, um die Welt gegen Superman aufzubringen. Und da ihr auch wisst, wer der Bösewicht ist, wisst ihr auch, von wem die Falle ist. So viel das Problem, wenn man alles im Trailer sagt. Ja, unser, glaube ich, Henry Cavill, glaube ich, der Superman. Es gibt so ein paar Sachen, wo ich das Gefühl habe, er spielt ihn noch ein bisschen übertriebener als in Man of Steel. Also noch storischer und noch mehr fokussiert. Wenn er das so übertreibt, könnte er irgendwann mal den Injustice-Superman-Guy geben. Also den in Böse, da hast du wirklich Angst vor. Aber gut, dafür ist er dann aber noch Alien-mäßiger und noch unmenschlicher. Also, hm, fand ich jetzt nicht so unbedingt toll. Lawrence Fishburne als Perry White macht seinen Job wie immer. Das kann er, das ist für den ja jetzt auch nie so. Bei Jesse Eisenberg, muss ich alle sagen, als Lex Luthor, am Anfang geht er dir unglaublich auf den Senkel. Da denkst du auch, was ist das, soll das der Comic Relief sein, soll das hier? Wo ist denn hier der Lex Luthor, der den Leuten hier um 20 Schritte voraus ist? Ab wenn es wichtig wird, wird er auch besser. Gott sei Dank. Aber am Anfang ist er wirklich, alter, heil die Fresse. Und da kann ich auch verstehen, dass viele Leute sagen, das war miscast. Das hat, glaube ich, Michael Rosenbaum, glaube ich, oder Rosenberg, der von Smallville, der auch den Lex Luthor gegeben hat, den jungen Lex. Da haben sie gesagt, das wäre die perfekte Geschichte auch von der Dialogregie. Das wäre wahrscheinlich auch zehnmal besser gewesen. Aber egal, nicht, dass Herr Eisenberg das nicht zum Schluss rettet. Zum Schluss denkt man, okay, da ist Alex. Aber am Anfang denkst du wirklich, oh mein Gott, was für ein Verzogenes Pissblach. Ach, boah, boah, ja, also man kriegt da mit, die Welt wird gegen Superman aufgebracht. Man kriegt auch mit, dass sie halt sozusagen die Reste von General Zod finden, auch sein Schiff und dann natürlich auch so eine Riesenladung Kryptonit. Und das ist klar, Plot, an das Kryptonit wollen sie alle ran, weil Superman töten. Klar, toller Plan. Ja, und da geht es eigentlich auch dann drum. Ja, das ist sozusagen die erste Plothälfte, möchte ich mal sagen. Ja, dann sieht man das erste Mal Gal Gadot als, ja, dann als, als Diana zuerst. Das ist okay, so kurz auftritt, so geht es ja auch nicht auf den Sack. Als Wonder Woman darfst du dann später, das kann ich schon mal vorwegnehmen, richtig die Scheiße wrong. Macht sie aber wirklich einen geilen Job. Also jeder Mädel dürfte sagen, boah, die gehört auf jedes Mädel Kaffer. Und es ist wirklich, wirklich gut gemacht. Also da bin ich, bin ich echt zufrieden, ob die jetzt irgendwann mal einen Film komplett trägt. Das ist eine andere Frage, weil das, dazu war das einfach zu kurz. Wärst du schön, da war ja sowieso der Film eine Menge geschuhrohnt, was man nicht haben muss. Aber es ist so. Ja, ich überlege mal, kann ich noch irgendwas erzählen, was nicht im Spoiler-Bereich wird? Ja, gut, dass das Lufa an das Material kommt und Doomsday baut. Ich glaube, das wisst ihr auch aus dem Trailer. Das können wir auch schnell abhandeln. Ja, ich würde jetzt sagen, ich merke mir jetzt einfach mal, ich sage jetzt mal einfach Spoiler! So, dann kann ich nämlich Spoiler für mich selber einblenden. Dann ist auch nicht die Gefahr, dass irgendwelche Leute da zu viel wissen. Also, was nachdem die ganze Hin- und Her-Geschichte verurteilt ist, nachdem hier Kryptonit von links und rechts verschoben wird und kriegt mit, Bruce will das haben, Diane will das haben und natürlich Lex will das haben, hin und her. Dann hast du nicht gesehen. Das Ergebnis ist dann, dass Lex Lufa dank des Raumschiffes an die ganzen Daten kommt und dann natürlich auch weiß, wer Clark kennt, dass Martha kennt und sonstiges und auch die Beziehung zu Louis Lane und das dann natürlich später ausnutzt, um dann Superman auf Batman zu hetzen. Ist sogar ein Plot, der funktionieren würde. Wobei, wir wissen, Superman wäre ein bisschen pfiffiger. Eine Geschichte, die ich ganz gut fand, in der Vorgeschichte, wo sie dann Superman wirklich verteufeln, also es gibt so eine Anhörung, kriegt man mit, und dann gibt es einen, wenn man so will, so einen Typ, der so viel Hass hat, dass er sich da selber auch opfert für und dann wird der ganze Kongress gesprengt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Carl L. geht dann flüchten, weil die Verantwortung kann dann auch nicht mehr tragen, dass er der einzige Erlebende ist. Das war ganz okay, weil das war das erste, wo ich sagte, Hui, Holla, das ist ja mal, ho, da hört man aus, nun mal hier. Weil, boah, mal gut, das DC-Universum ist ein bisschen düsterer als bei Marvel, das wissen wir jetzt mittlerweile, aber das war schon, ui, da musste man schon mal, hm, also ein Plot-Point, wo man denkt, okay, das nenne ich mal Falle. Ja klar, er überlebt das, wie schon gesagt, hin und her, und hast du nicht gesehen. Lex kommt dann natürlich an das Material, Batman klaut es ihm wieder und bastelt daraus Waffen. Könnt ihr euch vorstellen, wie das dann irgendwie ausgeht. Dann kommt eben diese Szene, wo Lufa eben sich Louis Lane greift, Superman kommt, rettet sie natürlich wieder, um dann zu sagen, haha, toll, hast ja nicht die Frau deines Lebens gerettet, oder doch, alles in Sicherheit, nee, ich meine deine Mutter. Und kriegt damit, ja, die kannst du auch retten, aber, dafür musst du Batman töten. Also Superman los und macht das so, wie man es eigentlich kennt. Und da wird es auch so ein bisschen so, wo man sagen kann, da geht es so in Richtung, wie man Suppen mal noch kann. Kennt ihr, da versucht er eben mit Batman, der voller Hass und voller irgendwie, ich meine gut, nicht, dass es, also das fand ich am süßen, den Kreditbestand, dank an Frank Miller. Das hatte auch ein bisschen eher was von Frank Miller's Batman, der, also er war immer ein bisschen zu Hass durchströmt manchmal. Da weiß ich jetzt auch nicht, was das ist, weil sonst war eigentlich Betsy in dem Film auch cool. Da ist überhaupt kein Thema, hat wieder geile Spielzeuge gehabt. Aber, also auch die Kampfszenen mit Ben Affleck und sowas, also gut inszeniert, keine Diskussion, also das ist Batman. Ja, hört er eben nicht Karl L. zu und geht richtig auf ihn los und merkt ihn natürlich keine Chance, die Fallen haben keine Chance, also greift er zu den ganzen Kryptonit-Waffen, die er da hat und kann natürlich dann so ein Mann schwächen und in der letzten Sekunde kommt dann Martha. Weil Mutter kennt und aber leider gab es auch Martha Wayne, das weißt du dann aus dem Vorspann, wo ich dachte, ich weiß gar nicht, ob das so ist, kann sein, müsste ihr immer vielleicht mal helfen, so hardcore bin ich da jetzt nicht im Thema und dann zuckt Betsy natürlich ihn zu töten, ist so natürlich in der gleichen Sekunde kommt Louis Lane an und dann nimmt er eben nicht den Speer um Superman zu töten und merkt despot, was da ist, dann quatschen sie so, warum ich nur ein Kind hält, hält und nein, kümmer du dich um Lex, ich kümmere mich um deine Mutter, blöd, blöd, so, Bernd M. rettet sie natürlich auch und Superman geht zu Lex und natürlich Lex sagt, all scheiße, okay, freu dich, du hast gewonnen, hahaha, hier ist Doomsday und viel Spaß. So, und dann geht Doomsday auf ihn los und trübelt ihn, krübelt ihm den Massensort auch die scheiße aus dem Leib und es kommt so wie es kommen muss irgendwann kommt dann auch batman zum kampf dazu es kommt von der moment zum kampf dazu die wirklichen geilen job macht also geil macht also cool wenn es so muss sie sein und ja ohne auf doomsday rum ok aber bringt nichts hast du nichts gesehen und klopp hier klopp da und willst du gar nicht ein bisschen auf die kommen wir haben wir noch den krypton speer ja dann geht louis den suchen oder beziehungsweise sie hat ihn ja vorher irgendwo ins meer geschmissen oder in seinem tümpel und geht damit in wer da fast draufgegangen da rettet natürlich super wenn sie ihm gleichzeitig nimmt dann den speer hoch worden schon geschwächt ist dann merkt er okay er ist der einzige der doomsday damit erlegen kann also mit den sperren auf weiter also geschwächt 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 ihr merkt das ist aufbau eines wrestling matches nur so macht man einen so macht man ein hero so da und dass der hier ihn wirklich platten können und Prozent ja wie schon da gibt er natürlich einen entscheidenden finalen stoß dann merkt da irgendwie okay ich den richtigen stoß von doomsday ja auch genauso wie beim beim comic wo doomsday jetzt tatsächlich super man auch tötet und boom und dann stößt er sich noch weiterhin sperren und dachte ich mir so das sieht nicht gut aus das war auch nicht gut ja beide tod wirklich tod okay also ich glaube das ist schon ein spoiler wo man sagen kann vor allem wir reden hier von von die sie wie willst du eine justice league ohne superman haben das kann es ja eigentlich vorstellen das wird auch mit Sicherheit irgendwie wieder geklärt dass der wieder das den irgendwie zurückholen oder was weiß ich was egal sie ziehen es tatsächlich durch du siehst dann irgendwie eine pressemeldung superman dead sie verabschieden sich auch von von clark kent beim beim daily planet was ganz putzig das fällt mir gerade ein auch ganz lustig ein paar dialoge zwischen bruce und clark sind ganz witzig da dachte ich mir so es könnte es wirklich was den promos sein also war das war okay also da hätte man mehr von haben können weniger mehr von diesen tollen traumsequenz weil die brauchte wirklich keiner klopp klopp superman tatsächlich tot louis holt verständlich die halbe freie welt ist am trauern und und batman sagt dann zu wonder woman hey es gibt noch mehr von uns und wir müssen die alle sammeln und blablabla besucht dann nochmal in was wahrscheinlich bei marvel die end credit ziehen wir was es jetzt bei die sie nicht gibt noch mal lex luther der bis dahin auch seine glatze hat haben sie dann schön geschoren nach dem motto so freund du machst nie wieder scheiße und luther grinst dem bett sie an und sagt du kannst schon nicht mehr aufhalten der gott ist tot weil gott man es scheint ja wirklich sondern man phänomen zu sein wo die leute darauf abfahren also es ist ja ein teil der in justice saga im goethe unter uns dass das eben was es ja bei marvel ja auch gab damit was wir jetzt auch wenn man höre auch mit mit captain america gegen mit civil war und bei x-men natürlich mit den registrierungen und hast du nicht gesehen und willst du gar nicht haben also immer wieder das gleiche aber ist ganz ganz putzig gemacht ja und was vielleicht für die leute das wissen die auch das ist auch schon bekannt geworden es gibt eine szene das da findet eben kopiert eben bruce wayne die ganze datenbank von lex luther der angeblich davon nichts mitkriegt naja lassen wir mal hingestellt die daten klautern noch mal da jener das hat dann irgendwie bruce nicht mitgekriegt außer irgendwie zum schluss er merkt schon das ergebnis ist auf jeden fall dass sie dann sondern falls ich angucken kann wenn da so alles dabei ist dann sieht man eben kurz flash dann sieht man im kurz aquaman und dann sieht man im kurz cyborg also das werden dann schon die seien die wahrscheinlich dann bei der justice liegt dann auch dabei sein werden so aber ist die frage reicht das wonder moment batman aquaman flash cyborg eigentlich da brauchen wir super man aber sonst ja dann sieht man noch so ein bild eben auf den sarg was ganz lustig ist bis dahin hat man dann schon irgendwo das silberne emblem von superman gesehen da ist jetzt wieder mich wieder auf eure mithilfe gehofft weil die hardcore leute die 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 comics kennen die wissen der silberne das war auch schon wieder irgendwas also es gibt ja auch super mit anderen kostümen so sehr nicht ne vielleicht hat das dann auch wieder was zu tun ob das dann wieder so ein das war sie es gab ja super mit nur als energiewesen und so ein scheiß gab es ja auch mal ja aber sonst wie schon hat ist ist okay dass sie ihn tatsächlich jetzt sterben ließen finde ich hart wobei ich jetzt eigentlich jetzt besser gemacht ich hätte dann irgendwie noch gemacht was ich der sagt bewegt sie da so dass sie sagen okay jetzt haben wir noch alle hoffnung weil du wirst doch keine justice league ohne super machen also das wäre wie die rächer ohne ohne captain america das geht nicht also deswegen bin ich mal gespannt wie sie das irgendwie regeln wollen aber ist okay also ist auf jeden fall nicht der jahrhundertausfall und naja es ist nicht unbedingt eine gefahr für marvel das ist das ist es nicht wirklich aber ist okay ist okay also wenn man so ich sag mal die letzte dreiviertelstunde vielleicht stunde nimmt das war schon okay dass da vorher das hätte ich sicherlich ein bisschen anders konzipiert und wenn ich mir dann auch vorstelle dass sie eben eine halbe stunde noch weggeschnitten haben dann muss ich sagen drei stunden und wir haben am anfang richtig hart gewesen weil ein paar sachen fehlten hätte man einfach anders machen müssen und andere sachen hätte man naja kommt wahrscheinlich komplett weglassen können aber gut was willst du machen es gibt auch nur zwei zwei dumme gags also nicht für leute die aussagen gibt es keine keine witze es gibt einmal bei dem erzählen wir sowieso im spoilerbereich wenn wer als martha kennt gerettet wird erzählt dann werden wir freuen von superman und dann sagt diese ist erkenne ich am cape und die szene die aus dem trailer kennt das ist auch die zweite witzigste szene oder die wo man ein bisschen schmunzelt wo sind alle gegen doomsday stehen und superman fragt zu wonder moment gehört die zu dir und wenn wir sollten ja ich dachte das wäre deine das war der zweite gag alles andere war natürlich überhaupt nicht weil es ist das ist grimmigen das düstere dcu naja aber gut ich bin gespannt was ihr dazu sagt kann man im kino sehen ja kann man kann man kann man ist okay also ist für 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 solche leute für mich ist okay es war keine geldverschwendung es gibt sicherlich leute die waren waren gereicht wenn man ihn zu hause irgendwo auf dvd blu ray und sonstiges guckt würde ich sagen da wird er wahrscheinlich dann haben weil auf der großen leinwand wird das einfach cooler aber sonst wird zum 3d effekt hat geklappt aber haben wir auch nie umgehauen sowie meistens nicht aber ist okay gut also ich hoffe jetzt hat ihr mal ein bisschen was zu hören ich bin gespannt auf eure kommentare und ja mal gucken was uns die nächsten comic-verfilmungen bringen da kommen ja bestimmt noch ein paar natürlich wissen wir das was ganz schön war im vorfeld von den ganzen üblichen trailer ghostbusters suicide squad captain america x-men independence day also alles was was blockbuster blockbuster ist dann bin ich mal gespannt ja dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder und hören uns beim nächsten mal wieder ich bin noch ein mister wenn du 1970 bis dann tschüss